Man steht schon so ein bisschen unter Druck und denkt sich natürlich so, reicht's oder reicht's nicht. Ich hab da ganz viel Vertrauen, weil was kann schon falsch sein, weil die werden sich große Mühe geben und ich liebe die und selbst wenn was falsch ist, es macht gar nichts. 40 Jugendliche tanzen, Kontakthof. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Ich hab gedacht, wir hören so ein bisschen tanzen. Ein Stück von Pina Bausch. Als ich von der gehört hab, ich so, erst mal, wer ist das? Ich kenn die Frau nicht. Bei jedem Schritt sind Gefühle im Spiel. Nähe, Distanz, Zärtlichkeit, Vertrauen, Unsicherheit, Scham. Und immer wieder Mut. Ich bin da vielleicht so ein bisschen eigen, ich öffne mich halt nicht so gerne vor anderen Leuten. Man hat Freundschaften geschlossen mit Leuten, die man so auf der Straße sehen würde, sagen, nee, lass mal lieber. Dass das so eine wunderbare Gemeinschaft geworden ist, das macht mich glücklich, ja. Nee, ich bin nicht aufgeregt. Ich weiß auch, wer hat können. Aber ich hab oft genug geübt. Tanzträume In Erinnerung an Pina Bausch 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 Untertitelung des ZDF, 2020